Jo Leute und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Bedrocks mit mir, dem Torben. Wir spielen auf der Map Airships Größe 2x5, heute ausnahmsweise mal ohne Facecam, weil es einfach schon zu spät dafür ist. Und ja Leute, ich habe wieder endlich ein neues Intro bekommen und ich glaube dieses Intro ist schon ziemlich perfekt. Ich schneide das euch einfach mal jetzt hier rein. Und ja, da habt ihr es gesehen. Ich finde es ziemlich perfekt. Ich werde aber bald so ein Video machen, wo ich alle Intros gegeneinander antreten lasse, sag ich mal, und dann euch entscheiden lasse, was ihr denn dann wirklich haben wollt. So, ja, Airship ist ganz... ach, wo renne ich denn hin? Airship ist wichtig, in die Mitte, schnell. Och, beeilt euch Leute, beeilt euch, bitte. Ganz schnell jetzt. Er schreibt nooo. Na, wenn ein Troller ist, dann gebe ich ihm einen Headshot. So, go, go. Wir müssen uns ganz schnell in die Mitte bauen, Leute. Das ist das wichtigste Ding, was es gibt. Ist mir egal, ist mir egal. Keine Arbeit, ist mir... Er baut sich... Och nee, er baut sich den hässlichen Weg. Egal. Solange wir die Ersten in der Mitte sind, ist das alles cool. Dann haben wir zwei Wege, über die man uns rushen kann. Ist natürlich suboptimal, aber egal, dann machen wir es jetzt von hier oben. So, das Wichtigste ist erstmal, dass wir da sind. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hau rein, hau rein. Mach einen Abgang. Mach einen Abgang, sagte ich. Danke. So, jetzt muss ich es schnell schreiben. Hol Bogen und komm Mitte. So, man muss ja mal kurz hier die Rolle als Befehlshaber einnehmen. Okay, ich bin runtergeflogen, aber er immerhin auch. Das ist gut soweit. Ich brauche jetzt eine Spitzhacke, dann kann ich versuchen, deren Bett zu rushen. Ich denke, der mit Bogen ist ja das mit Bogen. Ich hoffe einfach mal, dass dem nicht so ist. Auf jeden Fall weiter über das Intro reden. Das Intro finde ich ziemlich stark. Aber wie gesagt, ich mache es so ein Intro, wo ihr... Ah, das ist ja mit Bogen. Perfekt, ja, is. Wo ihr abstimmen könnt, welches ihr wohl so am geilsten findet. Wie gesagt, ich finde das ziemlich, ziemlich stark. Ist bisher mein persönlicher Favorit, glaube ich. Obwohl ich euch ja eigentlich nicht sagen will, was meine Meinung zu den Intros ist. Muss ich euch sagen, Torben ist YouTube, schreibt an. Das ist richtig. Das hat er absolut richtig erkannt. Okay, so, er ist futsch. So. Äh, da, doch. So, äh, da. Doch. So. Am Arsch, ich bin YouTube. Woher soll der das denn wissen? Okay, der nächste kommt, der auf die Fresse will. Der hat zwar nur eine Hand, aber das hört mich... Äh, der hat nur eine Hand, aber das hört ihn anscheinend nicht besonders. So, es lebt noch starke ein Mann. Es lebt noch ein starker Mann, so war das gemeint. Der steht da hinten. War das nicht der, der geschrieben hat, Torben ist YouTube? Und tschüss. So, er hätte mich sogar noch gekriegt, aber so, so nicht. So. Ja, Leute. GG. Das war eine starke Runde. Ähm. Leider eine sehr kurze Runde. Drei Minuten, äh, vier Minuten nur. Aber, äh. Ähm. Yay. Äh. 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 Alles Gute an The... Ach, alles Gute. Äh. Viele Grüße an TheGenius7. Ähm. Schön, dass man solche Leute mal wieder trifft. Und dann würde ich sagen, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Schreibt mir bitte in die Kommentare, ähm, ob ihr das Intro mögt. Das ist mir sehr wichtig. Ähm. Einfach, um wieder euer Feedback zu bekommen. Obwohl ich das Ganze ja nochmal in einem extra Video machen werde, wie gesagt. Aber ist jetzt erstmal wichtiger. Und, ähm, ja, dann würde ich sagen, um nichts mehr zu verpassen, könnt ihr gerne abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Sorry, dass die Folge so kurz war, aber macht ja hoffentlich nichts. Haut rein und ciao. Puh.